Wir hier am Standort sind Zentrallagerstandort von Rossmann. Das ist einzigartig in Deutschland. Das heißt, wir beliefern sowohl unsere Verkaufsstellen in Mitteldeutschland als auch unsere sechs Regionallagerstandorte, die sich ganz über Deutschland verteilen, sodass hier vom Wareneingang über die Kommissionierung bis hin zum Warenausgang und dann schlussendlich über den Fuhrpark zu den Verkaufsstellen die komplette logistische Kette abgedeckt wird. Bevor wir die LQ-Etikettierung am Standort automatisch gelöst haben, mussten die LQ-Etiketten manuell in den Anlagen geklebt werden durch die Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter mussten genauestens darauf achten, ob in dem jeweiligen Behälter Gefahrstoff enthalten sind und dann dieses Etikett kleben. Das hatte natürlich einige Gefahren zur Folge. Der Mitarbeiter vergisst mal ein Etikett zu kleben oder klebt es verkehrt herum. Und um diese Gefahr zu eliminieren, haben wir uns dafür entschieden, die LQ-Etikettierung am Standort automatisch zu lösen, um dann auf der Straße bei Kontrollen nicht Gefahr zu laufen, hier Strafen zahlen zu müssen. Der Schwerpunkt bei der Installation und Einrichtung unserer Druckerstation war natürlich der, dass wir eine Stelle finden mussten, über die sämtliche Versandbehälter drüber laufen und wir schlussendlich bei dieser Einrichtung eine hundertprozentige Erreichbarkeit aller Behälter gewährleisten konnten, sodass wir auf alle Behälter, die es notwendig machen, unsere Aufkleber drauf bekommen. Unsere Prämisse war, dass CAB uns dabei natürlich hochverfügbare Geräte zur Verfügung stellt, die einen geringen Wartungsaufwand bedeuten und die uns ermöglichen, vom ersten bis zum letzten Etikett die Drucker dann im Einzelnen nutzbar zu machen. Schon in der Vorbereitungs- und Projektierungsphase hat es sich für uns herausgestellt, dass die Firma CAB als sehr kompetenter Partner für uns zur Verfügung gestanden hat. In der Vorbereitungsphase haben wir die Möglichkeit gehabt, schon sehr detailliert über die technische Ausführung zu sprechen, was uns die Realisierung und die Implementierung, die unser Haus selbst durchgeführt hat, also wir haben keinen dritten im Boot gehabt, haben die ganze Technik in Zusammenarbeit mit CAB aufgebaut, dann selbst in Betrieb gesetzt und seit der ersten Inbetriebnahme bis zum heutigen Tag mehr als drei Millionen Etiketten bereits auf die Behälter verbringen können. Und wir können jetzt eigentlich fast sagen, dass wir 99,9 Prozent aller Behälter, die belabelt werden müssen, erreichen können. Die Systeme sind hoch verfügbar und wir haben sehr wenig Wartungsaufwand, der sich im Grunde genommen darauf bezieht, dass wir die Medien wechseln und dabei gleichzeitig die Drucker dann in Augenschein nehmen und warten und wir mit dem System im Moment sehr, sehr zufrieden sind. Das ist ein bisschen wichtig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020